Hey Freunde und willkommen mal zu einem Video der, naja, mal wieder etwas anderen Art. Ich hab, ich versuch jetzt mal die Themen so halbwegs den Schwierigkeitsgrad zugeordnet nach abzuhandeln. Ihr wisst schon, als erstes ja, es kam bei mir noch kein Breath of the Wild Video. Grund dafür ist nicht, dass ich das Spiel nicht hab, denn es liegt hier neben mir. Grund dafür ist, dass Konsolenkost der Meinung war, hey, wir haben nicht genug bekommen und, ja, jetzt können wir die nicht verschicken. Und hätte ich da nicht gestern schon am 3.3. eine E-Mail geschrieben, hätte ich das nie erfahren, denn die sind auch der Meinung, hey, wieso sollten wir das dann auch den Leuten zuteilen, die das vorbestellt haben. Ja, daraufhin hab ich dann natürlich bei Mediamarkt erstmal schön eine Bestellung aufgegeben, die am Montag dann da ist. Ich geh zumindest nicht davon aus, weil es jetzt gerade 1639 ist, dass sie heute noch ankommt. Montag ist sie dann da, stand nämlich da, ein bis zwei Werkstage. Sie wurde auf jeden Fall schon verschickt und, ja, kann ich mir dann abholen. Das heißt also, Breath of the Wild kann frühestens am Montag, das erste Video, also am Dienstag, starten. Also sprich, am 7. müsste das sein. Ja, genau, am 7. kommt dann das erste Breath of the Wild Video. Deswegen bin ich auch leicht angepisst, aber das hat eigentlich ein wenig mit meiner aktuellen Situation zu tun. Als nächstes kommen wir zu Madros Mask. Ihr habt es noch nicht mitbekommen, ihr werdet es erst mitbekommen in Part 32, werde ich die ersten Probleme bekommen. Und zwar weiß ich nicht, was los ist, aber ich kann es auf jeden Fall nicht weiterführen. Part 33 ist der letzte, danach ist das Projekt pausiert. Und zwar so lange, bis ich die Möglichkeit habe, an einer Wii U, an einer Wii oder an einem sonstigen Konsolengerät das ganze Projekt neu zu starten. Wird dann aber mit Part 34 ganz normal weitergehen. Ähm, wenn es dann mal irgendwann so ist. Alternativ habe ich mir aber überlegt, ich kann das Spiel Edna bricht aus, let's playen. Habe ich auch noch auf der Liste. Ist ein geiles Game. Und Thumbnail habe ich auch schon fertig. Kommt also stattdessen. Natürlich erst nach Part 33. Beziehungsweise mit Part 33 werde ich das machen, weil der ist irgendwie so 5 Minuten oder so lang. Und ja. Dann, ähm, gibt es keine Talks zum Sonntag mehr. Vorerst, bis ich umgezogen bin. Falls sich das irgendwann mal in den nächsten 2 Monaten arrangieren lässt. Wäre super. Ich, ähm, ich kriege es nicht hin. Ich kann es einfach nicht, Leute. Tut mir leid, aber... Ich würde es gerne machen, aber ich kann es nicht. Das ist auch zum anderen meiner privaten Situation geschuldet, was das nächste Thema ist. Mir geht es zur Zeit echt scheiße. Ich bin unzufrieden mit mir. Ich bin unzufrieden mit irgendwie allem. Die Let's Play Videos sind noch okay. Die sind gut. Damit komme ich klar. Und... Ja, das... Irgendwie ist zur Zeit alles scheiße bei mir. Ich werde jetzt nicht groß drauf eingehen. Das, ähm... Sagen wir, ich wurde sehr häufig belogen. Auch schwerfällig belogen. Und, äh... Ich bin sehr emotional. Was man jetzt nicht an der Stimme hört an der Stelle, ist... Ich versuche es gerade halbwegs... Vernünftig zu halten. Und... Ja, mir geht es zur Zeit einfach nur Kacke. Das, ähm... Ich kann mich deswegen auch nicht vor der Kamera hinstellen und so tun, als wäre alles gut. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht in Videos, wo ich dann halbwegs noch Spaß habe. Aber vor der Kamera, wo halt gerade nichts ist, wo ich halt einfach nur mit der Kamera rede. Da funktioniert das nicht. Das kann ich euch an der Stelle sagen. Deswegen fallen die erstmal aus, bis ich meine Situation halbwegs im Griff habe. Und bis ich umgezogen bin. Weil dann habe ich genug Zeit. Dann kann ich mich in Ruhe damit auseinandersetzen. Und wieder die gewohnten Jokes und die Qualität liefern. Wie ich sie denn auch sonst abgeliefert habe. Ich hoffe, dass ihr das so halbwegs versteht. Und, äh... Damit habe ich jetzt alles abgehandelt. Und, ja. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Die meisten, die jetzt hier gerade aktuell zugucken. Vielleicht auch keiner, die aktuell hier zugucken. Weil die Views, die ich auf dem Video habe, hier mal wieder zufällig entstanden sind. Und es keinen interessiert. Es tut mir leid. Ich versuche es besser hinzukriegen. Die nächsten Projekte sind dann also Edna bricht aus und Breath of the Wild. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich danke rechtzeitig für Aufmerksamkeit und hoffentlich auch euer Verständnis. Für den Fall, dass doch einer zuguckt, den es interessiert. Und, ja. Wir sehen uns dann in den nächsten Zelda-Parts. Und in Edna bricht aus. Bis dahin. Peace out of the Recon's Day Play. Ciao. Ich habe die Kamera weggelassen aus eben diesen Gründen, dass ich halt, naja, recht depressiv aussehen könnte. Der ein oder andere mag das vielleicht auch als müde interpretieren, wie ich auf Arbeit schon feststellen durfte. Nein, meine Fresse guckt hin. Ich bin depressiv. Also, seht ihr nicht, aber, naja, ihr wisst schon, was meine. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.